Inflammation Inflammation Da 23 Immun subspension 30 Greenland What's the fuck? What's going on? The shit mad at it Ey, da fehlen mir wirklich die Worte, what the fuck Greenland ist schon wieder noch nicht infiziert Ich folgte unter dem Guide, was soll er das? Der Guide ist nicht perfekt Bis auf Greenland Das schwarze Schaf Und jetzt fahren sowieso so gut wie gar keine Schiffe mehr Aber wirklich so gut wie gar keine Schiffe mehr Kann ich vergessen, dass ich da noch irgendwas Aufs Boot krieg Greenland hat er sogar in den Hafen offen Aber wer fährt da dann nach Greenland? Ich glaub nur von hier oder? Oder ich glaub nur von diesem Hafen Wer nach Greenland gefahren kann das sein? Dumm Warum hab ich jetzt nicht genug Manisch für Genetic Reister? Bisschen fail Ich glaub ich muss mir einen anderen Guide suchen Der funktioniert irgendwie nicht Ich hab mich nicht so gut Ich hab mich nicht so gut Ich werde eh kein Zuschauer mehr und es müsste eigentlich schon lange genug gedauert haben, also würde ich sagen, der Stream ist zu Ende.